Musik Ja, wir hatten dann dermaßen einen Einbruch durch das Sichschaue-Gesetz, wir haben ungefähr 90% Wiener Kaffee. Ich habe 50% weniger Bierumsätze, die TG ist leer. Ich wollte den Umsatz halten, auch durch diesen Aufflieger, und versuche eben am Leben zu bleiben. Das ist sehr gut angenommen worden, die Stammgäste kommen langsam wieder zurück, weil sie rauchen können, und die nicht rauchen sind genauso hier drin. Musik Wir finden das hier super. Wir treffen uns mittlerweile wieder alle hier. Es ist ganz gemütlich, sehr gemütlich, wie man ja auch sieht. Und wir finden das super. Ja, ich rauche auch draußen, es ist ja furchtbar kalt. Und da ist das das Optimale, weil sonst macht das weggehen abends keinen Spaß mehr. Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017